Hallo und herzlich willkommen. Hast du als Kind häufig die Missachtung deiner Eltern erlebt? Und bist du heute als Erwachsener vielleicht in öfteren sehr schamig und du kannst es nicht erklären, warum in diesen gewissen Situationen das passiert? Und überfallen dich die Gefühle Selbsthass und Selbstekel auch immer wieder und zwar begleitet von starken Impulsen wie Essattacken, K.O. Trinken oder sogar suizidale Gedanken oder genau das Gegenteil, dass du in eine Art Freeze kommst, also wo du nicht mehr agieren kannst? Dann ist dieses Video genau richtig für dich und erfährst du darin, was Scham mit Dissoziation zu tun hat und wie emotionale Misshandlung aus der Kindheit diese Symptome verursachen und wie du diesen Kreislauf unterbinden kannst. Ich heiße Gabriela und ich bin psychologischer Berater und Körpertherapeutin und spezialisiert auf Bindungs-, Entwicklungs- und Komplextrauma mit über 30 Jahren Selbsterfahrung. Ich wünsche dir jetzt ein spannendes Video und viele hilfreiche Erkenntnisse. Ich lade dich dazu ein, dass wir zuerst ansehen, warum Missachtung eine emotionale Misshandlung ist. Missachtung kann eine Form der emotionalen Misshandlung sein, denn sie dazu führen kann, dass sich eine Person unwichtig, unbedeutend und ungeliebt fühlt. Wenn eine Person regelmäßig ignoriert, abgewertet oder herabgesetzt wird, kann dies zu einem Gefühl der Entfremdung und Isolation führen. Dies kann zu einer Reihe von negativen emotionalen Reaktionen wie z.B. Depressionen, Angstzustände, geringes Selbstwertgefühl und Selbstzweifel führen. Du fragst dich Depression im Kinderalter? Oh ja, die meisten von uns mit Komplextrauma bzw. Bindungs- und Entwicklungstrauma haben ihre Depression bereits im Kindesalter erworben. Es ist wichtig zu verstehen, dass Missachtung eine Form der emotionalen Gewalt ist und dass sie genauso schädlich sein kann wie physische Gewalt oder sexueller Missbrauch. Jetzt lass uns mal durchspielen, was geschieht denn bei Missachtung in dem kleinen, missachteten Kind, also was geschah in dir damals. Das kleine, missachtete, traumatisierte Kind fühlt sich unbedeutend und unwichtig. Es kann das Gefühl haben, dass es nicht wertgeschätzt wird und dass seine Bedürfnisse und Wünsche nicht ernst genommen werden. Das Kind wird sich höchstwahrscheinlich zurückziehen und sich von anderen distanzieren. Es kann auch zu einem geringen Selbstwertgefühl und Selbstzweifel führen, da das Kind das Gefühl hat, dass es nicht gut genug ist. Erkennst du deinen Glaubenssatz vielleicht, ich bin nie genug? Und erkennst du dein immer wieder scheiternder Versuche, gegenüber deinen Eltern etwas endlich gut genug zu machen? Wenn Missachtung regelmäßig und über einen längeren Zeitraum auftritt, kann dies zu Bindungstrauma und Entwicklungstrauma führen, da das Kind Schwierigkeiten hat, Vertrauen, Selbstvertrauen und gesunde Beziehungen nicht nur zu sich selbst, sondern auch zu anderen aufzubauen. Nicht selten zeigen Bezugspersonen ihre Missachtung begleitet von Wut und Hohn. So wird Kritik mit toxischen und vor allem fremden Gefühlen vermischt, die in dem Kind zum einen das Gefühl von Scham entstehen lassen, zum zweiten die Emotion Angst intensivieren und eine Art Überforderung hervorrufen. Wie das jetzt mit Dissoziation zusammenhängt, fragst du? In solchen Momenten kann es passieren, dass das Kind eben in eine Dissoziation, also in einen Abspaltungszustand gerät, um sich vor der überwältigenden Gefühlslage zu schützen. Denn diese Gefühlslage ist unerträglich als Kleinkind und weil das immer wieder verkehrt, musste eine Lösung her. Ein kurzer Reminder, was ist Dissoziation? Dissoziation ist ein Zustand, in dem das Bewusstsein und die Wahrnehmung der Umwelt gestört sind. Es handelt sich hierbei um eine Art Schutzmechanismus, bei dem das Gehirn versucht, unerträgliche Erlebnisse oder Gefühle abzutrennen. Für Menschen mit Trauma oder Komplex Trauma können Dissoziationen zu einer alltäglichen Erfahrung werden. Sie können beispielsweise bei Überforderung, haben wir gerade davon gehabt, oder Stress oder emotionale Belastung auftreten. Und womöglich weißt du ja schon, dass Anzeichen für eine Dissoziation unter anderem ein Gefühl von Unwirklichkeit, Desorientierung oder das Gefühl haben, außerhalb des eigenen Körpers zu stehen sind. Ja, jetzt zurück zu Scham. Schamattacken, hast du schon dieses Wort überhaupt gekannt? Schamattacken sind eine Art von Dissoziation, bei der sich Betroffene in ihrem eigenen Körper unwohl fühlen und das Gefühl von Selbsthass, Selbstekel und Selbstbeschuldigung erleiden und das Gefühl haben, dass sie dabei von anderen beobachtet oder bewertet werden. In der Regel treten dabei selbstschädigende, zum Teil ungemein starken Impulse auf, wie Essattacken oder dann eben alles wieder zu erbrechen, der Impuls zu sich Alkohol zu nehmen und sich zu betäuben oder andere Art von Selbstverletzungen, ob das mit Gegenständen passiert oder auf alle Art von Suchtverhalten bis zu Suizidalität. Das Gegenteil kann aber uns auch passieren. Das heißt, wir frieren zum Beispiel ein in so einer Situation oder das Anzeichen für Bewegungsstörungen oder Blackouts oder sogar Erinnerungslücken tauchen auf. Es kann aber auch zu einem Gefühl von Taubheit oder Betäubung kommen, als ob man die eigenen Emotionen nicht mehr spüren kann. Das ist ja eigentlich das bekannteste Symptom für Dissoziation und zugleich auch von Depression. Zwei kurze Beispiele für dich, wie so eine Schamattacke ablaufen kann. Erster Beispiel ist von mir selbst. Meine Mutter hatte das zu pflegen, dass nicht nur mich, sondern auch meine Schwester stets missachtet. In solchen Fällen entstand in mir eine unerträgliche innere Anspannung, welche ich ja damals nicht deuten konnte. Ich habe mich nicht nur geschämt, aber zugleich habe ich mich mickrig klein gefühlt, ohne jeglichen Wert und natürlich auch Angst hatte ich, dass wenn ich mich jetzt nicht auf irgendeine Art und Weise artig verhalte, dass meine Mutter noch mehr böse wird oder eine Strafe oder Einzüchtigung kommen. Zur damaligen Zeit, ich war ja schon 18, als ich mit Bulimie begann. Und in solchen Fällen, als diese Art von Anspannung hochgekommen ist, entweder weil meine Mutter mich oder eben meine Schwester niedergemacht hat, hatte ich unglaublich den Impuls gehabt, alles was zwischen meine Hände kam, zu verschlingen. In kürzester drauf, dass ich alles wieder erbrochen habe und das war letztes Endes der Sinn dahinter, damit ich meine ungeheure Anspannung auflösen kann. Damals habe ich und zwar sehr lange keinen anderen Weg gefunden, denn weder den Ursprung diesen Zustände noch den Ausweg habe ich erkannt und unter mir selbst weiterhelfen. Heute weiß ich, dass diese Anspannung die Wut auf meine Mutter war und auf diese Situation, dass ich da nicht entkommen kann. Und diese Wut kommt auch heute manchmal als Trigger hoch, aber in Form von Scham. Ein Beispiel dazu und das ist mein zweiter Beispiel für dich. Womöglich hast du das selbst schon erfahren und erlebt in der Situation, dass jemand dich darauf anspricht und vielleicht nur vorsichtig erkundigt, warum du etwas nicht so geschafft hast, wie vielleicht am Arbeitsplatz das vereinbart war. Womit reagierst du? Mit Wut und zwar mit Ablehnung von dem Anderen und mit einer verhühnenden Gegenfrage, wie zum Beispiel, warum stellt er denn so eine doofe Frage oder was geht denn ihm das wohl schon an? Merkst du was? Dadurch, dass der Andere dich auf dein Misserfolg angesprochen hat, hast du dich beschämt gefühlt und du konntest nicht adäquat damit umgehen und deine Reaktion war an sich infantil, also kindlich und du reagiertest mit Wut als Erinnerung der ehemaligen Missachtung. Denn mittlerweile weißt du schon aus meinen Videos, dass Trauma immer als ein Netzwerk in unser Organismus abgespeichert wurde und dass diese Konnotationen an verschiedenen Gefühlen, Empfindungen oder auch kognitive Erinnerungen und Situationen wie ein Netzwerk funktionieren und diese voneinander, wenn man über so eine lange Zeit immer wieder diese Missachtung erfahren hat, nicht voneinander so leicht zu trennen sind. Vielleicht fragst du dich jetzt, naja, was kann ich denn tun? Und da Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, sind besonders anfällig für Missachtung in der Gegenwart, da sie bereits ein erhöhtes Maß an Verletzlichkeit und Empfindlichkeit haben können. Chronische Dissoziation, also dieser Schutzmechanismus, was wir seit Jahrzehnten anwenden, kann auch eine Folge von Missachtung sein, da die betroffene Person möglicherweise versucht, sich selbst zu schützen, indem sie sich von der Situation oder den Menschen um sie herum distanziert. Die Frage ist nur, wie kannst du das auf eine adäquate Weise tun, anstelle von Scham und anstelle von Wut oder diese impulsive und uns zerstörende Gefühle und Handlungen. Dissoziative Anfälle können sehr unvorhersehbar sein und unterschiedlich lange dauern, von Minuten bis zu mehreren Stunden. Wenn man bei sich selbst Anzeichen einer Dissoziation bemerkt, ist es wichtig, sich in einem sicheren Umfeld zu befinden und sich auf die Atmung und die eigenen Sinneswahrnehmungen zu konzentrieren. Also die Aufgabe ist, dich mit dir selbst zu verbinden und so auf deine Stabilität zu achten, durch deine Achtsamkeit erkannte heutige Situation anders zu lösen als vor Jahren oder Jahrzehnten. Ich wünsche dir wirklich gutes Gelingen dabei. Wow, du hast dir das Video angeguckt und ich wünsche mir, dass du darin einige Aha-Momente hattest und dass sie dir auch hilfreich waren. Wenn du dennoch Begleitung brauchst oder Fragen hast, dann erreichst du mich unter dem Link im Shownote oder einfach in den Kommentaren. Ich wünsche dir eine wirklich gute Zeit und alles Liebe, Gabriela. Ja... Ja... Untertitelung des ZDF, 2020